Willkommen beim DSC Arminia, willkommen in der Schüko Arena. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Ein besonderer Gruß selbstverständlich an alle verbliebenen Zuschauer in der Schüko Arena, die diese Pressekonferenz mitverfolgen können. Und natürlich unsere Sponsoren, Partner mit ihren Gästen in den Hospitality-Bereichen und den Logen. Hier oben auf dem Podium sitzen für Darmstadt 98 Thorsten Lieberknecht, herzlich willkommen. Und für die Arminia Uwe Koschinat. Und mit Ihnen starten wir natürlich Thorsten. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Wie fällt Ihr Fazit heute aus? Zuallererst Glückwunsch an die Arminia und an Uwe, dass er hier ein erfolgreiches Debüt an den Tag gelegt hat. Und wir, glaube ich, haben heute tatkräftig dazu beigetragen, mit einer ersten Halbzeit fahrigen Spiel, mit Ball, Zweikampf-Situationen, ähnlich wie in Heidenheim auch. 50-5-Situationen, wo wir keine Klarheit drin hatten. Und trotzdem hatten wir in der ersten Halbzeit, glaube ich, dann immer dann, wenn wir diese Momente hatten, dass wir mal Passwege gefunden haben, haben wir eine ordentliche Situation dann herstellen können. Im 16er dann auch, haben wir den Pfostenschuss durch Matthias Hornsack gehabt in der ersten Halbzeit. Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir noch mehr investieren müssen eigentlich in das Spiel, um etwas Zählbares mitzunehmen. Und Fakt ist dann, wir gehen 1-0 in Führung. Und ich glaube, dann hat jeder gesehen, war die Arminia kurz geschockt. Wir hatten dann diesen Moment gehabt, das 2-0 schießen zu können. Das lassen wir liegen, haben da die Arminia dann am Leben gelassen. Und dann ist die Arminia, wie ich finde, peu à peu besser ins Spiel reingekommen. Hat gerade diese entscheidenden Zweikämpfe, zweite Bälle für sich gewinnen können. Und dementsprechend dann mit einem Standard-Tor und dann mit einem Sensationstor dann das Spiel für sich gewonnen. Und deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und für uns ist es einfach so, dass wir in einer Saison, die so lange ist und noch lange zu spielen ist, eben halt auch mal eine Phase gibt. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch normal, dass man mal dann so eine kleine Delle hat. Wir müssen jetzt gucken, dass wir mit Ruhe, aber Klarheit einfach auch aus dieser Delle rauskommen. Das werden wir schaffen. Ich glaube, das haben wir schon oft gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind. Und das Ganze eben halt nüchtern, so wie wir das die ganze Zeit eben auch getan haben, nüchtern einschätzen. Und auch jetzt nicht in dem Fall, so wie wir es die ganze Zeit auch hatten, in der Serie unserer Siege und der Tabellensituation, dass wir Bodenhaftung eben gezeigt haben. Also alles Gute weiterhin, Uwe, für die nächsten Spiele. Und dass ihr und du mit Arminia dann euer Ziel erreicht. Danke. Thorsten, zunächst vielen Dank an Sie. Ich bin sicher, wir kommen in der Fragerunde gleich nochmal auf Sie zurück. Uwe, dein Statement zu diesem Spiel. Wie hast du heute deine erste Begegnung in der Schilko Arena für die Arminia erlebt? Ja, erstmal natürlich danke für die Glückwünsche. Das ist heute natürlich ein besonderes Spiel gewesen als Einstand in so einem großen Verein. Ich habe zwei sehr, sehr unterschiedliche Halbzeiten von der Herangehensweise gesehen. In der ersten Halbzeit war es so, dass wir uns entschieden haben, eher aus dem Raum heraus zu verteidigen. Und das hat dann auf der einen Seite zwar dazu geführt, dass wir einige sehr, sehr schöne Passagen hatten. Auch mal so eine kurze, wirklich richtig gute Druckphase. Das ehrlicherweise, aber insgesamt wir wirklich Probleme hatten, so wirklich Zugriff zu gewinnen. Man sieht, auf welchem hohem Niveau mittlerweile Darmstadt 98 spielt. Wenn Thorsten zwar auf der einen Seite sein Team ein Stück weit kritisiert und ich auf der anderen Seite aber schon gesehen habe, welche Dominanz eine Mannschaft als Auswärtsteam hier ausstrahlen kann. Insofern wäre es auf beiden Seiten möglich gewesen, in Führung zu gehen. Aber ganz klar in Summe mit Sicherheit eher für Darmstadt 98. Ich weiß davon, dass meine Mannschaft, was ja dann eigentlich auch eher so dem Korchinat-Fußball entspricht, ganz gerne eher so aus einem Mannbezug heraus agieren würde. Und wir haben das dann in der Halbzeitpause umgestellt. Das hat dann natürlich zu einem ganz anderen Spiel geführt. Es hat unheimlich viele intensive Duelle, unheimlich viel Ballbesitzwechsel. Ein hohes Risiko auf der letzten Linie, dass wir einen Preis bezahlt haben mit dem 0 zu 1. Und dann wurde ja schon angesprochen, dass wir normalerweise danach vielleicht komplett raus sind aus dem Spiel, nach diesem Gegenstoß, aus einem eigenen Einwurf heraus. Das haben wir Gott sei Dank überstanden durch eine starke Parade von Freisel. Und dann sind wir zurückgekommen ins Spiel und dann habe ich eben gesehen, was hier in der Schüko-Arena möglich ist, wie viel Wucht hier entwickelt werden kann. Wir haben wirklich so eine Welle nach der anderen gespielt. Es war nicht immer sehr sauber, aber es war mit wahnsinnig viel Mut, mit wahnsinnig viel Enthusiasmus gespielt. Ich habe ernsthaft so um die 80. herum darüber nachgedacht, Fabian Klos vielleicht rauszunehmen, mit Janni noch einen frischen Spieler zu bringen. Aber irgendwas hat mir gesagt, wenn ich gegen diesen Fabian Klos gespielt habe, war ich immer froh, wenn er nicht mehr auf dem Platz stand. Also lass ihn drauf. Ich hatte auch das Gefühl, er ist noch frisch genug. Und dass wir dann mit so einem fantastischen Tor und Fabians Krönung des 3-1 im Jubiläumsspiel dann am Ende mit 3-1 hier als Sieger vom Platz gegangen sind, das sollte dann vielleicht am Ende auch so sein. Die Mannschaft hat sich belohnt für eine sehr, sehr couragierte Leistung, für unheimlich viel Intensität, für sehr, sehr viel Mut. Und ich möchte ihr und dem gesamten Trainerteam einfach danken. Ich bin gerade mal seit zwei Tagen hier. Und trotzdem habe ich in der kurzen Zeit unheimlich viele gute Informationen bekommen, eine wahnsinnig willige, eine wahnsinnig tolle, eine sehr, sehr geschlossene Mannschaft vorgefunden. Denn das hat mit Sicherheit auch ganz, ganz viel mit der Arbeit des Vorgängers zu tun. Und deswegen bin ich natürlich froh, so in der Form hier angekommen zu sein. Dankeschön. Uwe, vielen Dank. Beide Cheftrainer stehen für Fragen zur Verfügung. Die erste Wortmeldung gibt es von Dirk Schuster auf der linken Seite für das Westfalenblatt. Dirk, das Mikrofon kommt, verlässig zu dir. Herr Koschinert, Sie sagen gerade selbst, Sie sind erst seit vorgestern bei Arminia Bielefeld. Die Spielerrunden, die wir gesprochen haben, in der Mixzone, Fabian Klos und Manuel Prietl namentlich, sagten, es stecke schon eine ganze Menge Uwe Koschinert jetzt in der Mannschaft. Wie haben Sie es geschafft, in diesen, ich sage jetzt 48 Stunden, Pi mal Daumen, in die Köpfe und letztlich auch in die Beine der Spieler zu kommen? Ich habe die bestochen. Die wussten, was sie sagen sollen. Nein, also es ist doch klar. Ich habe das jetzt schon ein, zweimal gesagt. Ich bin ein Trainer, der ist eben so ein Stück weit sozialisiert, eben mehrheitlich Abstiegskampf zu spielen und immer irgendwo so das Maximum aus einer Mannschaft rausholen zu müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist eben meine Lebensgeschichte als Trainer. Ich glaube, das ist hier bei der Arminia grundsätzlich natürlich eine etwas andere Situation. Hier ist es schon so, dass sehr, sehr viel Potenzial vorhanden ist. Dass unterschiedliche Gründe zusammenkommen, dass du irgendwo in so einer Negativspirale bist. Und dann habe ich mich eben bemüht, sehr, sehr schnell Nähe zu den Spielern herzustellen, mit den wichtigen Leuten, mit den wichtigen Spielern einfach auch persönlich zu sprechen, um ein gutes Gefühl dafür zu kriegen, was muss ich jetzt tun, was sind die richtigen Handlungen. Ich muss versuchen, schnell Vertrauen aufzubauen. Und da hat mir das ganze Umfeld sehr geholfen, vor allen Dingen das bestehende Trainerteam. Und dann gehört ja auch zur Wahrheit, das haben wir ja gerade bei der Darstellung des Spielverlaufs gesagt, dass du an so einem Tag dann eben auch mal das Quäntchen Glück benötigst. Und dann kommen viele Dinge zusammen. Und ich habe der Mannschaft eben in der Kabine gesagt, das ist natürlich ein erster toller Schritt, aber das darf logischerweise jetzt nicht der Letzte sein. Die Situation ist immer noch sehr, sehr prekär. Aber natürlich ist es toll, wenn im Zusammenspiel Mannschaftstrainer erst mal etwas gelingt und die Spieler vielleicht auch wieder sehr, sehr, sehr stark und viel mehr an sich selbst glauben. In der ersten Reihe Jan Ahlers für die Neu-Westfälische. Herr Kuschina, jetzt mal Glückwunsch zum Sieg. Wenn ich mal zusammenfasse, Manuel Prietl, er ist beim Gegentor unglücklich, macht dann den Ausgleich. Benjamin Kanuric, schwierige Saison vorher, macht ein Traumtor. Fabian Klos macht das 3-1 in der 94. in der oft sonst gar nicht mehr auf dem Platz stand in der Saison. Ist das alles Zufall? Kann das alles Zufall sein, dass genau diese Spieler jetzt zu den Unterschiedsspielern heute geworden sind und sich diese Geschichten alle so in dieser Menge gleich bei ihrem Debüt ereignet haben? Gehört vielleicht am Ende so ein bisschen zu dem Tag. Also man muss ja auch ehrlich sein als Trainer, man darf sich ja nicht irgendwie alles im positiven Sinne selbst zuschreiben. Also Benji zum Beispiel, Kanuric habe ich nicht aufs Feld geschickt mit dem Hinweis, du entscheidest jetzt das Spiel, sondern eigentlich sollte er für eine etwas größere Stabilität auf dem Feld sorgen, weil wir mit Germain Kornsbruch eben schon sehr, sehr offensiv denkende Mittelfeldspieler auf dem Platz hatten und ein Punkt gegen den Spitzenreiter in einer permanent hin- und herwogenden Partie auch nicht verkehrt gewesen wäre. Insofern gehört mit Sicherheit zur Wahrheit, dass man auch ein bisschen Glück benötigt. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass frühzeitig alle Spieler, die im Verlauf einer Saison vielleicht mal durch Wellentäler gegangen sind, nicht so eine persönlich große Zufriedenheit hatten, dass die eben erkennen, ich bin wahnsinnig wichtig. Ich hoffe sehr, dass es in den kommenden Wochen andere sind, die zurückfinden in dieser Saison, denn eins ist doch klar, die Arminia hat ja in dieser Saison ganz, ganz viel mit dem Wörtchen eigentlich zu tun gehabt. Eigentlich rechnet man nicht damit, dass man vielleicht gegen den Abstieg spielen muss, sondern sich eher oben ansiedelt. Eigentlich hat man ja immer noch genug Zeit gehabt und eigentlich ist ja auch genug Qualität in der Mannschaft. Und die Faktoren, die müssen wir eben jetzt wegdrängen. Und da ist es immer gut, wenn Spieler entweder zurückkommen in der Saison und erkennen, jawohl, jetzt bin ich wieder da, jetzt kann ich wieder anführen oder aber möglicherweise wichtig werden, wie so ein junger Kerl, ganz klar. In der letzten Reihe, bitte sehr. Hallo, Niklas Beckmann von Hitradio FFH. Herr Lieberknecht, Ihr Kapitän Fabian Holland hat eben gesagt, dass er so das Gefühl hatte, dass teilweise ein bisschen die Bereitschaft gefehlt hat. Wie sehen Sie das? Na ja, gut, ich glaube, dass im ersten Moment ist die Enttäuschung da, das Spiel verloren zu haben. Und ich glaube, dass schon diese Momente da waren, wie ich angesprochen habe, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt eine Zweikampfführung zu haben, um ein paar Zeichen zu setzen. Das ist aber manchmal eben halt auch, hängt mit dem eigenen Charakter des Spielers zusammen. Wir haben auch sehr viele offensiv denkende Jungs auf dem Platz gehabt heute auch, die auch dann in diesen Zweikampfführungen dann manchmal auch ihre Schwächen haben. Das ist auch was, wo wir aber die ganze Zeit eben halt auch wussten, die ganze Zeit sehr gut gefahren sind. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir bisher eine hohe Bereitschaft, eine hohe Leidenschaft gezeigt haben, eine hohe Intensität. Und das hat heute so ein bisschen gefehlt, wenn ich überlege, wie wir gegen den HSV angelaufen sind, auch in Heidenheim, trotz der Niederlage, wie wir da uns eben mit Vehemenz einfach im Spiel gegen den Ball präsentiert haben, war das heute einfach diesen Ticken weniger. Und trotzdem darf der Kapitän, und das erwarte ich auch, sagen, was er denkt, was er fühlt in dem Moment. Aber entscheidend ist, dass wir in der Gemeinsamkeit dann in dieser Woche das Spiel aufbereiten, abhaken und vor allen Dingen eins nicht machen, dass wir alles, alles jetzt schlecht reden oder Dinge, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind. Und ich glaube auch, bei uns ist es nicht alltäglich dort zu sein, wo wir sind, sondern das ist extrem harte Arbeit und die hat letzte Saison schon angefangen und wir haben das einfach jetzt fortgeführt. Und jetzt, wie gesagt, sind wir in so einer Phase drin, die in jeder Saison einfach auch, glaube ich, dazugehört. Man wünscht es sich nicht, dass sie kommt, aber sie ist jetzt da und jetzt werden wir wieder rauskommen aus der ganzen Geschichte. Und dafür haben wir jetzt dann ein Samstagabendspiel um 20.30 Uhr. Ich glaube, das ist Motivation genug dann. Haben Sie weitere Fragen an die beiden Trainer? Keine Wortmeldung mehr. Abschließend geht von dieser Stelle ein großer Glückwunsch an unsere U17-Junioren, die ihr letztes Heimspiel in der Bundesliga heute 4 zu 1 gewonnen haben gegen Preußen Münster. Damit haben sie die Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreicht. Ein herzlicher Glückwunsch an Marcel Drobe und die Mannschaft. Wirklich eine großartige Leistung. Ich danke Ihnen für das Interesse, Thorsten, Ihnen und der Mannschaft, zusammen mit Carsten Wählmann, Rüdiger Fritsch. Alles Gute in den kommenden Wochen. Uwe, vielen Dank fürs zur Verfügung stehen. Hier kommen Sie heute gut und sicher nach Hause. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.